Panisch stolperte ich rückwärts. Uns blieb keine Zeit, die Treppe hinunter zu rennen. Devlin würde uns ganz sicher im Treppenhaus sehen. Hektisch blickten wir uns nach einem Versteck um. Wir standen auf dem oberen Treppenabsatz des Turmes, und hier gab es nur noch eine weitere Tür. Mabel rannte hin und riss sie auf. Dahinter war ein Besenschrank voller Putzmettel. »Schnell, hier rein!« zischte sie den anderen Silberlocken zu. Sie drängten sich zwischen die Besen und Scheuerlappen. Ich war beeindruckt, wie schnell sich vier alte Damen inklusive Handtaschen in einen so engen Schrank quetschen konnten. Das einzige Problem war, dass kein Platz mehr für mich blieb. »Tut uns leid, Gemma. Alter geht vor Schönheit!« erklärte Mabel unbarmherzig und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Ungläubig starrte ich auf die geschlossene Tür. »Was? Ich soll Devlin hier draußen allein gegenüber treten? Oh, ich werde sie umbringen! Rentnerinnen hin oder her!« Rasch ging ich in Gedanken meine Möglichkeiten durch. Ansonsten gab es auf dem Treppenabsatz nur noch ein schmales, gotisches Fenster. Ich rannte hinüber und zog den Fensterflügel auf. Dahinter verlief eine kreisförmige Mauerzinne um den Turm. Falls ich hinausklettern konnte, würde ich mich hinter die Brüstung kauern und so außer Sichtweite verstecken können, bis Devlin die Treppe hinuntergegangen war. Ich schwang ein Bein über das Fenster Sims und begann mich durch den schmalen Spalt zu zwängen. Es war nicht so einfach, wie ich geglaubt hatte. Ich saß gerade rittlings auf der Fensterbank, halb drinnen, halb draußen, und versuchte den Bauch einzuziehen, als ich die gefürchtete Stimme hörte. »Djammer?« »Mist!« Ich erstarrte und drehte langsam den Kopf. Devlin stand auf dem Treppenabsatz und starrte mich verwundert an. »Was um Himmels Willen tust du da?« Ich erinnerte mich an Mabels Trick und versuchte so zu tun, als sei es das Normalste auf der Welt, mitten in der Woche aus dem Fenster eines Oxford Colleges zu klettern. Mein Lachen klang schrill. Es war erschreckend, wie sehr ich mich nach meiner Mutter anhörte. »Ah, Devlin! Wie schön, dich hier zu sehen!« Es schien nicht zu funktionieren. Stirnrunzeln kam er auf mich zu. »Was machst du hier?« »Äh...« Ich zermaterte mir das Hirn nach einer Ausrede, die meine Fenstersitzposition erklären würde. Leider fiel mir nichts ein. »Ich, äh... Ich suche nach meinem Pashmina. Ja, ähm, ich habe nämlich meinen Pashmina verlegt und ich dachte, ich hätte ihn vielleicht vergessen, als ich letzten Sonntag zum Essen hier eingeladen war.« »Und dein Pashmina ist ganz allein bis auf den Mauervorsprung von Professor Hughes' Büro geklettert?« Devlin zog suffisant eine Braue hoch. Ich wurde rot. »Ja, nun... Komisch, wie solche Dinge manchmal an den seltsamsten Orten auftauchen.« »Ich nehme an, du hattest keine Ahnung, dass ich Professor Hughes gerade befragt habe.« »Ach ja?« In gespielter Unschuld riss ich die Augen auf. »Was für ein lustiger Zufall!« »Und natürlich hast du auch nicht versehentlich mein Gespräch mit Professor Hughes mit angehört.« »Na ja, der Treppenabsatz ist ja so schmal, daher habe ich vielleicht ein paar Gesprächsfetzen aufgeschnappt, wobei ich natürlich nicht absichtlich gelauscht habe.« »Natürlich nicht,« erwiderte eine gute Sicht. »Näufern ist ja nicht, aber der derniere Jahrhunderte bei der jetzt auch gar nicht. »Näufern ist ja nicht nur kurz- und